Ah, der Sprung ist ja über, wenn das wirklich der Weg ist. Ich, ich, ich schau mir das kurz mal an, ich will das wissen jetzt. Wo bist du da? Ich schau mir nur kurz mal an, ob es hier eben nur ein Indiz gibt, woher man da hoch sollte. Aber die Brücke ist hier zu, das heißt, man kommt von hier nicht rein. Wenn man hier oben wäre, dann kommt man hier rüber, in diesen Schacht. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Ah, sie müssen auf die Brücke kommen. Einfachs Weg wäre von hier, aber wie kommt man hier hin? Das ist viel zu hoch. Oder kann man hier den Schalter drücken? Okay, hier gibt's ein Safepine drüben. Oder kann man hier den Schalter drücken? Keine Ahnung. Hä? Ach du hast auch gedrückt, ich dachte schon, da läuft ein Timer. Hä? Irgendwie... Ich seh, ich seh das nicht so gut, warte mal. Warte, haben wir was übersehen? Ich hab schon gedacht, wir haben was übersehen, aber... Schau mal... Hier oben... Hier oben hat man auch einen Minecraft-Stecker, aber hier sind beide Schächte zu. Also, eigentlich logischerweise müsste der Krag wirklich die Lösung sein. Es gibt hier zwar noch auch so eine Hüpf-Passage, aber ich glaube, da kann man ja später hin dann. Ja, die Hüpf-Passage geht nur oben durch hier. Das ist das nicht der Weg. Hier gibt's ebenfalls eine Hüpf-Passage, aber da kommt man eher von... vorbei... Ja, nee, das wäre schon da. Nur was übersehen wir? Kommt ja nie im Leben über. Nee, das ist viel zu hoch. Wie wir schon gesagt haben. Es funktioniert nicht. Und jetzt ist es ja auch zu weit zur Brücke, oder? Ah ja, müssen wir springen richtig. Ja, hey, wie ich die ganze Runde falle. Ja, hey, wie ich die ganze Runde falle. Ja, hey, wie ich die ganze Runde falle. Ich habe gerade eine ganz andere Idee gehabt. Weißt du welche? Was denn? Zum Minecraft bringen? Ja, ja, genau. Doch, es geht, es geht, es geht! Ja, sag ich doch. Worauf habe ich mir schon gedacht, dass das geht. Ja, warte mal. Warte mal, da muss ich jetzt das... Warte, ich nehme es rüber. Äh, äh... Ich habe es erwischt, oder? Wisch gleich ein? Äh, äh... Bremsen! Das Ding ist aber übel, warte mal. So, jetzt soll es reinkommen. Ja! Schaffen wir den Sprung ohne Minecraft? Ich glaube nicht. Nee. Da muss ich mit dem Minecraft fahren, ja. Ja, da versuchst du es mal, warte mal. Ah, das ist bescheuert, da hast du ja nur ein Minecraft, das fällt dann runter und dann ist der andere Marsch. Das stimmt, ja. Ah, komm, ich bin eh im Game Mode, versuchst du mal. Jetzt Anlauf holen. Falsch. Ah, kannst du sehen, okay. Oh, das sieht so langsam. Ach so. Du trittest doch gar nichts. Ja, dann muss doch der Sprung möglich sein. Versuch mal zu springen. Versuch mal zu springen. Es geht nach unten zwar, aber das ist viel zu weit, ey. Nee, das geht nicht, das ist viel zu weit. Das klappt. Hast du gestoppt jetzt selber? Ja, der ist nö, ist angehalten. Aber Schienenzwein ist... Hä? Oh, toll. Moment mal. Einsteigen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil auf Minecraft glaube ich nur für, dass du da reinkommst ist. Ah. Jetzt geht eh nicht mehr weiter. Genau. Den schaffst du nicht. Also wir müssen dann wirklich von hier aus weiterspringen. Wohin denn? Wohin denn? Wohin geht es ja nicht weiter. Wohin müsste dann wirklich da rüberkommen. Soll ich noch was stelle ich... Boah. Aber vor allem das Minecraft steckt alles fest. Kannst du nicht mehr zurückfahren? Nee. Kannst du nicht mehr zurückfahren? Warte ich. Na, wir sind. Eben kann man nicht mehr zurückfahren. Ja. Gut. Man kann es wahrscheinlich auch bauen, ne? Ich denke ja. vor allem nicht. Wohin macht ihn immer. Ein bisschen weiter zu stehen. eben nicht so weit du steht. So wen wie ist man hier? ich will hier über linien aber da sehe ich auch kein weg man würde hier rüber kommen macht das sinn das würde gehen warte mal da hinten hat es einen weg den wieder über minecarts rüber springen kannst jetzt kommen die schwierige springe dann so oh nein den schwung schaffst du nicht überlegen ist soweit nein ist nichts das schafft man nicht ich habe zuerst gedacht wenn du hier hinkommen würdest dass man vielleicht den sprung schafft hier aber der ist ja wie viele blöcke sind das sind vier blöcke nach vorne und vier blöcke nach oben das ist soweit aber hier ist auch ein speicherpunkt also ich mache uns mal hier eine künstliche verlängung so weil hier muss der weg weiter gehen weil hier oben ist ein save point wenn man da rüber springen kann ich glaube das soll ich denke mal du sollst irgendwie geschwindigkeit mit dem minecart aber irgendwie funktioniert ja eben frag mal woher ist das denn gekommen weil wenn du geschwindigkeit mit minecart da kannst du ja über über sachen drüber springen das geht ja aber du kriegst ja keine geschwindigkeit wie auch ne aber versucht unterwegs die knöpfe zu drücken aber das funktioniert nicht dann fällt man auch runter ins wasser mit dem minecart ja und du bist viel zu langsam oder es gibt irgen trick den ich nicht kenne oder das ja so was möchten wir ja nicht ausschließen so schaffen wir jetzt den sprung wenigstens ne da sind wir zu weit genau ausschließen kann man es nicht das wir irgendeinen trick nicht kennen so wie mit auch den freischwebenden ranken das eine mal das funktioniert hundprozentig nicht und doch hat es dann irgendwie doch auch funktioniert oh nein was ist das für ein Nemesis Sprung wow ich habe es geschafft oh ne rankensprünge juhu ich habe dir alles hingesetzt das sollte es für dich machbar sein ja da ich habe versucht der Sprung verkackbar nur wenn man nicht gerade in der Mitte trifft und dann eigentlich nicht durchkommt ich glaube das ist das problem bei dem Schiff da nicht die Distanz sondern dass man die Mitte trifft hm ne ich bin gerade zu kurz gesprungen ok ok ich sehe schon meinen nächsten Nemesis Sprung oh je das kann alter werden ja aber man soll es weiter springen trotzdem frage ich mich wie das hätte funktioniert also wie gesagt eigentlich kann ich mir nur vorstellen dass du mit Schwung und dann mit Schwung drüber gesprungen wärst ja das würde das Sinn machen aber so aber wie da wie man da Schwung aufbauen soll keine Ahnung ach ich habe es geschafft ach ich habe es geschafft oh nein 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 ich hasse es ich hasse es ok puh ok jetzt freut zu但是 Füß Ich habe es bestimmt nach der Mitte und ich habe keine Ahnung da wieder ich habe einen den Builder Quellen na keine Manifetz muss wieder auf Steine ja und fließe schon alle die Mapbauer mein Gott was ist denn ich nehme also los die Space Lasse kaputt oder so ich habe das Problem, dass nie rennt ich bin gegen die Mauer gegangen ah wieder nicht gerannt irritiere ich dich oder was ich bin ausgesprungen verdammt ja ok ja auch mein Gott was ist denn los ich schaue es nicht mehr ich habe schon 2 um geschafft und jetzt x mal daneben und tschüss ja wieder die Wander geht doch meine Herren ja du siehst gleich was ich meine so wie er schon da steht beim ersten schon beißt und zwei noch und den dritten verkackt jawoll dritte direkter quer durch der ist auch schwer die anderen beiden gehen eigentlich ok durch ich wollte sagen es ist so schwierig nach dem kopf anschlag ich habe die antwunden und leute sind leiter so schlau war jetzt da rüber zu springen ja war schlau gut ähm moment mal da lag es mir doch am arsch weil es denn jetzt wieder meine herren noch nicht gefrühstückt mein gott ok und jetzt oh jetzt kann ich weiter werden ich muss da rüber kommen äh wat was denn was denn Ich sehe das Puh. aber wir müssen das schaffen ja recht wenn die szene am wiederholen hier die däger hinzuspringen das schaffst du nicht das geht noch gar nicht man ist hier so wenn es ein checkpoint irgendwo eben nicht das ist das kacke dann fliege sind wir dahinten deck zum schauen wie das gehen soll das check man wer da drüben dann wahrscheinlich kann man hier an den direkt springen ja das kann man okay okay ja wie fies ist das bitte schön wie fies ist denn das wenn das normal nach der reife so schaffst du es nicht ist es schlau in ein loch zu springen das schwarz ist es sieht aber nach weg aus gibt es mal oh ja man mich hochkatapultiert ich kann fliegen ich kann fliegen nee nee oder ich kann auch mal ich wollte schon sagen jetzt habe ich die schnau taue hin ich muss kann ich noch mal vor die checkpoints waren viel näher gewesen die checkpoints waren viel näher gewesen ich schungliere um das wasser rum und du ja ich hab gezuckt ey ich denke jetzt so jetzt was der end willst du verarschen vor allem da hat es leiter die ins ins freie gehen und da steht so der end fragezeichen diese end ja ja das ist eh nicht das ende glaub ich aber auch nicht vielen dank fürs zusehen die heutige folge ist leider zu ende aber es geht weiter mit einem abo verpasst hier keine weitere folge bis zum nächsten mal